Dänemark-Norwegen war eine Personalunion von Dänemark und Norwegen von 1380 bis 1814. Obwohl rechtlich betrachtet der norwegische König 1380 den dänischen Thron erbte, dominierte die dänische Reichshälfte das Verhältnis sehr schnell, so dass Norwegens Rolle zunehmend marginalisiert wurde. Während sich die politische Macht in Kopenhagen konzentrierte, endgültig festgeschrieben mit der Einführung des Absolutismus 1660-65. Vorgeschichte 970 konnte der dänische König Harald Blauzahn seine Herrschaft über Norwegen durchsetzen und gliederte den Ostteil des Landes an Dänemark an. 995 erhielt Norwegen wieder einen einheimischen König Olaf I. Teilquason 1035 fielen die Verhör unter die norwegische Krone. 1261 wurde Grönland erworben, 1262 Vierundsechzigste Island eingegliedert. 1319 fiel die norwegische Krone an den König von Schweden und bis 1355 stand Norwegen in Personalunion mit Schweden. Margarete I. Margarete I. Die Tochter des dänischen Königs Waldemarie V. Ad-E-Dag war mit dem norwegischen König Hakon VI. verheiratet. Als ihr Vater 1375 starb und keinen Sohn hinterließ, setzte sie durch diplomatisches Geschick im dänischen Reichsrat mit der Hilfe ihres Beraters Henning Podibus durch, dass ihr minderjähriger Sohn Olaf die Thronfolge antreten konnte, sie selbst übernahm die Regentschaft für ihn. 1380 starb auch ihr Mann Hakon und Olaf wurde norwegischer Thronerbe. Margarete bekam erneut die Vormundschaft und war so de facto Königin beider Reiche. 1387 starb Olaf sehr jung und formal wäre ihre Regentschaft so zu Ende gewesen. Dennoch konnte Margarete ihren Herrschaftsanspruch vor beiden Reichsräten behaupten. 1388 gelang es ihr, ihren Großneffen Erich von Pommern gegenüber dem norwegischen Reichsrat als Thronfolger zu platzieren. Norwegen wurde gleichzeitig Erbmonarchie, im Gegensatz zu Dänemark, dessen Reichsrat aber ebenso herig huldigte. Margarete blieb bis zu ihrem Tod Regentin beider Reiche. 1397 gelang es Margarete zusätzlich in der sogenannten Kalmarer Union ihr Doppelreich mit Schweden zu vereinigen. Nach ihrem Tod übernahm der designierte Thronfolger Erich alle drei nordischen Reiche, wobei das Verhältnis zum schwedischen Reichsrat problematisch blieb, da er sich im Vertrag der Kalmarer Union das Wahlrecht der schwedischen Königs jeweils vorbehielt. 1523 schied Schweden unter Gustav Vasa wieder aus der Union aus. Norwegen verblieb mit seinen nordatlantischen Besitzungen weiter bei Dänemark. Christian III. Während die Feindschaft zwischen Dänemark und Schweden in der Folge zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen führte, wurde Norwegen 1536 von Christian III. zu einem Teil Dänemarks erklärt und der norwegische Reichsrat aufgelöst. Die Personalunion nahm dadurch stärker die Züge einer Realunion an. In welchem Ausmaß die formellen Eingriffe zu einer wirksamen Unterordnung Norwegens führten, wird bis heute in der Forschung diskutiert. Beschleunigt wurde der reale Bedeutungsverlust durch die Pest, die den norwegischen Adel so stark dezimierte, dass dänische Adelige diese Lücke ausfüllen mussten und konnten. Norwegen wurde als Königreich nie aufgelöst, der König titulierte sich als König von Dänemark und Norwegen. Und es galten unterschiedliche Rahmengesetze für Dänemark und Norwegen. Der König wurde durch einen Reichsstadthalter oder Vizestadthalter in Norwegen repräsentiert. Norwegen wechselt in die Union mit Schweden. Im Kieler Frieden vom 14. Januar 1814 erreichte der schwedische Kronprinz Karl Johann, dass Dänemark-Norwegen an Schweden abtrat. Der Vertragstext hielt ausdrücklich fest, dass der König von Schweden die norwegische Krone erhielt. Mit anderen Worten, dass kein Staatenbund geschlossen würde, allerdings musste Karl Johann die frisch erlassene norwegische Verfassung akzeptieren. Beim Wiener Kongress wurden die Regelungen bestätigt. Für Schweden war es eine Entschädigung für den Verlust Finnlands an Russland. Während Dänemark zur teilweisen Kompensation das Herzogtum Launburg erhielt. Die alten norwegischen Besitzungen Grönland, Island und die Vöhr verblieben bei Dänemark. Am 27. Februar 1814 proklamierte Norwegen seine Unabhängigkeit. Der am 17. Mai 1814 zum norwegischen König gewählte Christian Friedrich musste auf schwedischen Druck hin am 10. Oktober 1814 auf den Thron verzichten und der Union Norwegens mit Schweden zu stimmen. Erst 1905 konnte das norwegische Storting die Auflösung der Union mit Schweden einleiten. Nach einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit stimmte Schweden der Auflösung der Union zu. Bewertungen Aus norwegischer Perspektive wurde die Personalunion ab dem 19. Jahrhundert nicht als Staatenbund gewertet, sondern als Fremdbestimmung. Im Geiste der norwegischen Nationalromantik bezeichnete Henrik Ibsen die Ära als die 400-jährige Nacht kultureller, politischer und wirtschaftlicher Dominanz Dänemarks über das gleich große Nachbarvolk. Aus dänischer Perspektive bot die Union den Vorteil, die Machtstellung in Nordeuropa, besonders gegenüber dem Erzrivalen Schweden. Gewährleisten zu können Schwedens Zugang zum Kategat beschränkte sich bis Mitte des 17. Jahrhunderts auf einen 15 Kilometer schmalen Korridor, der trotz der Festung Elfsborg militärisch verletzbar blieb. Alle europäischen Handelsmächte mussten durch den dänisch kontrollierten Öresund segeln, um die Ostsee zu erreichen und dabei den Sund-Zoll entrichten. Schönen 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 Untertitelung des ZDF, 2020